chat soll ich herrschaft spielen oder dings suchen zerstören was schreiben die die schreiben verpisst dich du nafri Olaf Scholz ja ich dachte wir machen jetzt eine halbe Stunde Spaß ja komm ich nehme C9 alles gut ja die ist echt gut ah geil Herrschaft oder ich habe heute nur zwei Runden Zombie Modus gezockt mehr nicht extra gewartet auf dich guck mal guck mal Bruder wie ein Buch nein Bruder nein nimm doch Pistole ey Junge wie langsam die Kugeln ankommen ich sag doch das ist Quatsch Bruder aber egal Bruder bitte sagt nie wieder was ne ich habe gar nichts gesagt Bruder mach beides auf vier Bruder bei MV3 musste ich immer so hoch machen anscheinend ist das hier ein bisschen anders ja normal ist doch ganz anderer Dings da ja aber vielleicht haben die sich so dran orientiert ja das ist doch schlauer wenn man das so macht immer gleich machen warum wir machen auch zwei eigenständige Franchise ja aber die sollte sehen das als gleiches Spiel nein so lecker ne guck mal was für ein krasser Gemisch wieder war ich habe auch locker seit zwei Wochen nicht gezockt ne ich doch auch nicht ja ich noch länger nein Wala ich habe länger nicht gezockt ne Junge wo kam der jetzt auf einmal und warum warum drückt mein Arschloch so Bruder warum fulzt du die ganze Zeit was los Bruder Junge ich habe Zwiebeln gegessen Bruder wer fulzen so viel von Zwiebeln ne ich kriegst du von jedem Burger einen Durchfall oder was oder wer ist Burger mit Zwiebeln war einfach jeder Mensch ja ich weiß Wala was war das ein für ein Call ich weiß crazy Call Bro richtiger Papa Platter alter äh Kemper Bruder mit Herz sogar Kill ist Kill Bruder guck mal wie ich geworfen habe jeder hat dann die Fessel im Anschluss echt oben guck mal der dumm Kopf der wollte auf Feld machen ih ich hasse diese Geräusche ne was für Geräusche oh gluck gluck oh gluck gluck oh Bruder weißt du was du auf jeden Fall für dich hier holen musst mal ein dvd player warum oder dann holen wir uns alte dvds und lassen die im hintergrund laufen ich weiß was du meinst oder mein herz ist schwer er warst du diese dinge was denn einfach ein kopf war das mein herz ist schwer hast du gesehen junge als welcher ein dämon keine munition gibt man seine das iron side sieht geil aus stinkt richtig bruder der riecht richtig nach montag oder meine haut der zweck ist natürlich bin ich nicht ja einfach mal aus prinzip hast du gesehen hast du gesehen ich liebe dass jemand zu killen wenn er gerade nach geht und er kann nichts machen bruder was war das für ein mudjaideen junge hast du gesehen er hat gewartet er wusste die pisse alter benutzt man deine links da ach ja sagt doch dass ich die wurden einfach abgeschossen ich habe noch einen ich kenne diesen streak nicht mal ne doch doch das gab beim black ops 1 den karakterenwerfer wurde das nicht auch mal leute schniedelage ja wow positive kd bruder war meine eben negativ ja bruder ich habe nicht darauf geachtet sag wie war ich gehe mal jetzt waffen man ich gehe mal jetzt waffen gucken da war ich chinesa wo in der mitte der ist vietnameser bruder ja war meine dinge wofür was er verändert das jetzt was in meinem leben oder was oder was wenn umgibt ist doch leer da ja so Vielen Dank.